Erstmal auf, geldtechnisch gesehen. So, vier Minuten, äh, ja, zweieinhalb, sagen wir mal, grob habe ich noch für die Mission, gut. Gucken wir uns mal die Mauer an, wie er hier deft, uiuiuiui. Pätzen wir ihm das weg, dann gehen wir mit den Fliegern weiter. Der Hammer, Herr, rutsischer Raufmann. Das wird dein einzigem Mauer sein. Druck, ich weiß nicht, wie wir raus. Ein Mauer zu unteren. Ein Mauer zu unteren. Ein Mauer zu unteren. Ein Mauer zu unteren. Jetzt geht's ab. Yo. Yo, 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 alles vernichten, was mir in der Luft gefährlich werden kann. Ist jetzt egal. So. Gott. Ist eine scheiß Mission, alter. Wie sieht's unten aus? Hat er irgendwas groß Schaden genommen? Was geht? Das ist gut. Gut. Ich hoffe mal, dass sie schreiend fliehen werden. Ich hoffe mal, dass sie schreiend fliehen werden. Ich hoffe mal, dass sie schreiend sind. Ich hoffe mal, dass sie fliehen haben... ...löken, das wird jetzt nachher... ...löken. Ja, Verluste halten sich jetzt in Grenzen. Scheiße, ich bin schon wieder mit der Zeit. Ah, Mann. Ja, egal. Ich mach jetzt halt ein längeres Video draußen. Schneid's dann. Drecksack baut ja nach. Weg mit dem Ding. Oh, oh. Gut, dass ihr gegen Panzer halt einfach keine Chance habt. Sehr schön. Das ist der Alphine. Sei geduldig. Das russische Reise hat die Fett geliebt. Ein halbes Baut. Von Nista aufgeraten. Drillin ist die Fett geliebt. So. Hier, lass es mir nicht nehmen, alle Gebäude von Jury zu vernichten. Weil den Mond wollen wir schon sauber haben, oder? Wir können auch von Lichter aufgeladen, Reibstoffmischung optimiert, Leiter auf voller Leuchttur. I like the Zordos. So. I like the Zordos. Leiter auf voller Leuchttur. Das sind eurem letzten Augenblicke auf Erden. Eine müsste noch da stehen. Irgendwo hier. Und tschüss. Bald? Wir haben alles vernichtet von ihm jetzt. Sehr schön. Hallo? Warte nur jetzt. Hallo? Wir haben alles von ihm vernichtet. Sie haben das unverneidig nur herausgezählt. Achso, wollte gerade sagen. Ich dachte schon, hier. Hängt oder was? Ich gratuliere, Genosse General. Ich trinke erstmal was und derzeit kann ich mir ruhig gerade leeren. Wir sagen, Postmonat und General. Hahaha, lustig. Wir haben den Standort von diesem Verlettern weg. Ich bin sicher. Er hat schon wieder einen Plan, um die Welt zu beherrschen. Gymnose General, beenden Sie das. Klar. Ja, das langt jetzt. Letzte Mission mit den Sowjets. Dann bin ich auch schon wieder mit der Juris-Rache durch. Ist ja krass. Ähm, jo. Gut. Transalvarian-Gedankenspiele. Die völligsten Sieg-Juris-Festung ist der einzige, die einzige, äh, ähm, das einzige Missionsziel. Das ist eine wirklich sterbeknackige Mission. Deshalb werde ich jetzt auch nur bis, äh, ich mache hier direkt einen Schnitt an. Ab da gibt es dann eigene, äh, Videos dafür. Ich hoffe, dass es in 2-3 Videos durchpetzt. Das ist schon knackig. Also nicht für die, für die einfache Leute. Die Flüchtkontrolle aktiviert. Ich kriege sogar ein bisschen Geld. Eintrittende Nachricht. Sie haben die Festung von Juli gefunden. Sie liegt genau nötig ihrer derzeitigen Position. Leider sind sowohl die amniierten Truppen im Westen als auch die sowjetischen Truppen im Osten unter der Kontrolle von Juli zu verstrahlen. So, und ab hier mache ich den Schnitt. Kaiser Katana meldet sich ab. Kaiser Katana meldet sich ab. Und ab. Aber das ist ja nichts mehr. Wir sind ein bisschen zu. Ich kann nach.